Das ist Herr Meier, er hat ein tolles Produkt und das würde er natürlich gerne mal seinen Kunden zeigen. Jetzt fragt sich Herr Meier, wie er das denn machen soll, denn es gibt viele Möglichkeiten. Weil er aber weiß, dass seine Kunden nicht so gerne lesen, entschließt er sich einen Film produzieren zu lassen. Das ist der Tim, er kann toll zeichnen und ist damit der ideale Partner für das Filmprojekt von Herrn Meier. Tim bekommt von Herrn Meier alle Infos über das Produkt und überlegt sich jetzt Bilder, mit denen er Herrn Meiers Produkt einfach und verständlich beschreiben kann. Seine Ideen bespricht er vorab mit Herrn Meier. Und dann geht's los. Er zeichnet, wählt Musik aus, kümmert sich, wenn Herr Meier das will, um einen Sprechertext und einen Vor- und Abspann. Wenn der Tim fertig ist, sieht der Film ähnlich aus wie dieser Film. Mit dem wollten wir Ihnen ja eigentlich erklären, was Scribble-Technik ist und wie sie entsteht. Und das innerhalb von nur einer Minute. Mit Scribble-Erklär-Filmen lassen sich eben alle Dinge gut erklären. Hat er prima gemacht. Der Tim, super, dass er bei uns arbeitet.